I go over anything like ranch, facts, think I wanna yacht in a ranch, yes, hit the boulevard and hit my chest. Hallo und herzlich willkommen bei CultureTainment. Mein Name ist Nas und ich sitze heute mit dem Gründer der Flying Steps, Vatan Basile, zusammen. Vatan, schön, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich auf das Interview. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ich meine nicht, dass die Leute dich nicht kennen, aber ein, zwei Wörter zu dir? Ja, du hast ja schon gesagt, Gründer der Flying Steps. Ich tanze schon seit den Anfang der 90er im Bereich Breaking. Wir haben schon zahlreiche Weltmeistertitel, viele Shows, die durch die ganze Welt touren, haben eine eigene Tanzschule, die Flying Steps Academy. Ja, und sind jetzt seit über 30 Jahren tätig in dieser Kultur. Verrückt, ja. Du hast es gerade gesagt, 30 Jahre. Was hat sich in den 30 Jahren im Breaking verändert, von damals zu heute? Vieles. Es ist so, dass, klar, wir haben damals angefangen, noch, ich sag mal, also Breaking hat auf den Straßen angefangen, in Jugendclubs. Heute gibt es mittlerweile große Vereine, Tanzschulen. Es ist Mainstreamer geworden. Es findet überall statt. Also gerade der Hip-Hop an sich findet überall statt. Und es hat eine andere Ebene erreicht, auch eine Art Professionalität, wo auch Menschen davon leben können. Also früher in meiner Zeit war es nicht möglich. Aber heute ist es so, dass du natürlich durch diese Leidenschaft, durch diese Kultur, auch, sag ich mal, deinen Unterhalt verdienen kannst. Und das ist schon etwas, was sich natürlich extrem verändert hat. Wie fühlt sich das an für dich? Ich meine, du hast, ich glaube, du hast einen Grundstein dafür gelegt. Das war immer unser Ziel. Ich glaube, wie es jetzt für mich anfühlt. Ich meine, ich habe zu einer Zeit angefangen, da war es noch ein Hobby. Ganz klar. Es gab keine Perpektive in die Richtung. Es war eher so, ich mache es so lange, bis es nicht mehr geht. Dann nehme ich einen normalen Job an oder mache eine Ausbildung oder studiere. Aber die Leidenschaft war zu groß und irgendwie war das so, ich muss es irgendwie schaffen. Ich muss davon leben. Und so kam der Gedanke irgendwann auch aus diesem, sag ich mal, Hobby, aus dieser Nische auch ein Business zu machen und zu gucken, dass man halt davon leben kann. Und wir haben es dann irgendwann geschafft. Wir haben verstanden, das zu nutzen, das Breaking und nicht nur in Wettbewerben. Ich meine, wir haben damals ja nur gebattelt. Das war die einzige Anerkennung, die du kriegen konntest in der Szene so. Aber wir haben gemerkt, dass es den Leuten gefällt, also den Leuten, die nicht aus der Szene kommen. Und dann ging es so, dass dann halt für bestimmte Marken, für bestimmte Corporate Shows angefragt wurde. Also es ging dann in Richtung Entertainment. Und ja, dann war klar so, okay, das könnte etwas sein, womit man halt auch Geld verdienen kann und ein Business machen kann. Und dann kam irgendwann auch der nächste Step, eine eigene Tanzschule zu eröffnen, die Flying City Academy, um diese Erfahrung, das Wissen weiterzugeben, weiter in dieser Kultur, sag ich mal, tätig zu sein und es größer zu machen. Und vor allem die Zukunft mitzuschalten. Also guck mal, das Ding ist, wir wollten auch immer dann auch Vorbilder sein für andere und denen zeigen so, dass man auch natürlich auch mit seiner Leidenschaft vielleicht etwas kreieren kann, was dir selber auch viel mehr Halt gibt. Auch eine Art Perspektive, eine Zukunft, auch du die bauen kannst. Und das haben wir mit den Flying Steps, glaube ich, erfolgreich gemacht. Ich meine, wir haben schon immer, sag ich mal so, versucht, aus dieser Box rauszudenken so. Und das ging schon bei uns früh los, damals schon in unseren, sag ich mal, Wettbewerbzeiten, wo wir die Ballads hatten so, haben wir immer versucht, etwas mit reinzunehmen, reinzubringen, was so ein bisschen das Ganze weiter öffnet. Und wir haben schnell gemerkt, dass das gut funktioniert. Und somit war es auch für uns, oder wir haben andersrum, ich würde eher so sagen, wir haben vieles auch von, sag ich mal, anderen Tanzszenen gelernt. Zum Beispiel gerade im Ballett so. Es gibt eine ganz klare Intuition, es gibt die Tanzschulen, es gibt die Shows. Und für uns war es auch dann so, okay, warum können wir das nicht auch nicht mit dem Breaking machen? Richtig, ja. Eine eigene Tanzschule eröffnen, das viel professioneller, sag ich mal, betrachten und annehmen. Ja, und so hat es den Weg gefunden. Finde ich toll. Du, wenn wir jetzt ganz kurz zur Academy gehen, ja, die platzt ja wortwörtlich aus allen Nähten, ja. Was sind die Pläne hierzu? Wollt ihr expandieren? Wie sieht die Zukunft aus? Na, ich sag mal so, also der Gedanke der Flying State Academy hat ja damals ganz klein angefangen. Es war damals für uns wichtig, ich meine, wir haben damals in Jugendclubs trainiert oder in bestimmten Räumen, die wir zu einer bestimmten Zeitung. Gibt es die überhaupt noch, die Jugendclubs? Ja, nee, leider nicht mehr. Einige haben schon leider zugemacht. Aber es ist so, dass wir halt irgendwann gemerkt hatten, wir brauchen unser eigenes Studio, brauchen unseren eigenen Raum, wo wir uns kreativ entfalten können. Und das war der erste Schritt, wo wir dann darüber gedacht haben, okay, wie können wir die Miete bezahlen, indem wir einfach selbst unterrichten. Ja, und so ging es los. Und ich meine, zu der damaligen Zeit hatten wir gerade mal nur 100 Schüler. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Marke 150 erreichen. Weil du gerade gesagt hast, jetzt platzt sich aus allen Nähten. Und jetzt haben wir über 1500 Schüler. Es ist echt verrückt, was sich in der letzten Zeit alles getan hat. Aber dafür sind nicht nur die Flying Steps verantwortlich, sondern auch, ich glaube, durch das Social Media heutzutage, durch TikTok, durch Instagram, merkst du, dass Tanz ein ganz, ganz großes Thema ist. Gerade der Hip-Hop-Tanz ist ein ganz großes Thema. Und daher kommt es natürlich, dass immer viel mehr Menschen sich für diese Sache interessieren. Und wir natürlich auch etwas geschaffen haben, wo sich die Tanzkultur trifft. Ich meine, wir unterrichten jetzt nicht nur im urbanen Tanzbereich, sondern wir haben auch Jazz, Modern, Ballett. Weil wir finden diese Vielfalt des Tanzes sehr spannend und bereichernd. Weil auch der Hip-Hop, der heute so entstanden ist, hat ja auch so seine Inspiration und seine Wurzeln auch schon vorher gehabt. Und daher kommt es. Und deswegen finden wir, dass einfach Tanz etwas Wundervolles ist. Und ich glaube, wir strahlen das auch aus. Und ich glaube, deswegen kommen auch die Leute gerne zu uns. Und expandiert ihr? Natürlich, ich bin mir mit den Gedanken, natürlich jetzt weitere Flying Steps Academies zu eröffnen. Wir sind eigentlich schon in Planung und freuen uns sehr darüber, weil, wie gesagt, die Nachfrage ist groß. Und ich glaube, warum wir das auch das Ganze machen, ist, man darf nicht vergessen, viele unserer Coaches leben halt als Freelancer und unterrichten halt nicht nur bei uns, auch manchmal auch in anderen Tanzschulen. Und wir wollen auch eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach, wir wollen Arbeitsplätze schaffen. Damit die viel mehr das, was sie ja auch als Leidenschaft leben, als Beruf leben, viel besser ausleben können. Und es sind eigentlich viele Faktoren, warum wir das Ganze machen. Finde ich klasse. Bist du eigentlich, wenn wir so sagen, auch Arbeitsplätze schaffen, damit Tänzer, Künstler ihr Unterhalt damit verdienen? Bist du da ein bisschen stolz auf dich? Ja, klar. Ich meine, guck mal, also ich habe zu einer Zeit angefangen, wie gesagt, da war Geld verdienen mit Tanz viel zu weit weg. Es war immer, immer dieser Hustle, immer das Problem, so, ey, wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie kann ich überhaupt meinen Unterhalt, also all drum und dran, wie kann ich damit umgehen? Und irgendwann war für mich ganz klar, ich sage immer, meine Mutter ist im Ohr. Sie hat immer zu mir gesagt, ey, warte mal, okay, du willst... Was würden wir ohne unsere Mieter machen? Schön, dass es dir so gefällt, aber das ist kein Beruf. So, und sie meinte, was ist, wenn du später Frau hast, wenn du später Kinder hast, so, wie willst du die überhaupt ernähren, so? Und dann kam eigentlich bei mir der Punkt, so, ey, ja, okay, ja, wird schon, wenn es so weit ist, werde ich da schon irgendwie schon meinen Plan haben. Und dann ist es aber passiert, dass ich Vater wurde. Und dann war für mich klar, okay, ich muss was daran ändern und ich muss etwas, etwas Sicheres schaffen, so. Und so geht es aber vielen, vielen Tänzern da draußen, die wirklich hustlen, so, und immer wieder gucken müssen. Ich meine, das sind ja alles Künstler. Und genau das, und darum geht es. Und ich glaube, für uns war es dann vielleicht jetzt wichtig, so, okay, wir müssen eigentlich aus einer Breaking Crew, aus einer kleinen Gruppe, zu einer Company werden. Und das Schönste ist natürlich, wenn du dadurch Arbeitsplätze schaffst, so. Und mittlerweile beschäftigen wir über 40 Dozenten bei uns in der Flying Steps Academy. Wir haben in unserer Dance Company, also für unsere Shows, über 30 internationale professionelle Tänzer, die wir beschäftigen. Wir haben mittlerweile Mitarbeiter, die festangestellt sind bei uns in verschiedenen Bereichen. Ich meine, es geht ja schon los vom Allgemeinen, vom Management bis hin zum Grafiker, Videografen. Querbeet. Querbeet, alles, was du alles brauchst für so ein Unternehmen. Ich meine, Finance und ja, all die Sachen und für die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Projektleiter. Und das ist schon extrem gewachsen. Also wenn ich mich von damals auf heute erinnere, ist das unglaublich, was wir heute geschafft haben. Also, bin ich ganz deiner Meinung. Du, wenn wir sagen, oder nicht, wenn wir sagen, du sagst ja, deine Vision ist creating a spot for Dancer. Was für eine Verantwortung bringt das mit sich für die Crew, als auch für die Coaches und warum ist dir das so wichtig? Na, ich sage mal so, ich bin ja selber nicht mehr der aktive Tänzer so. Vor der Kamera. Vor der Kamera, genau. Und es gab irgendwann einen Punkt, wir haben festgestellt, dass wir als Team, was wir ja wie gesagt eine Crew waren, und irgendwann aber natürlich auch große Fans waren von anderen Tänzern so. Und dann auch irgendwann der Punkt kam, wo wir natürlich auch angefangen haben, mit anderen Tänzern zu arbeiten, die bei uns mit reinzunehmen so, weil wir sie als Tänzer gefeiert haben. Und durch unsere Shows, die wir kreiert haben, durch die Tanzschule, in denen wir Leuten halt einen Spot geben, wo sie ihre Leidenschaft ausleben können oder in diesem Rampenlicht stehen können. Und deswegen kam dann dieser Slogan, creating spots for dancers, weil viele es verdient haben, halt sprechend gesehen zu werden so. Ja, und ich glaube, was auch das Wichtige an der ganzen Sache ist, ist auch diese Professionalität, die wir immer mehr verstehen und lernen müssen und es vorleben müssen. Und gleichzeitig natürlich auch zeigen müssen, dass sie erwachsen geworden sind. Ich meine, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt Künstler. Und Künstler sind die, die dann halt immer noch, also ich sage mal so, der Hip-Hop hat immer noch so einen kleinen Beigeschmack von, dass die Leute denken so, ah, die chillen den ganzen Tag, die kommen, wann sie wollen, gehen, wann sie wollen, die sind unstrukturiert. Und ich glaube, damit wollen wir es ein bisschen aufbrechen. Und es ist uns wichtig, dass unsere Leute, gerade bei den Flying Steps oder unsere Coaches bei den Flying Steps Academy, verstehen müssen, dass es, dafür haben wir uns entschieden und wir müssen unglaubliche Professionalitäten mit sich bringen, weil nur mit so einer harten Arbeit, indem sie auch so viel Zeit investieren in ihren Tanz, das aber auch in anderen Bereichen genauso ernst nehmen müssen und sich nach außen hin bestmöglich präsentieren müssen. Und nicht nur auf der Bühne und nicht nur im Klassenzimmer, wenn sie unterrichten, sondern schon dann allein schon der Auftritt und die Einshaftigkeit dessen zu geben. Und ich glaube, das ist immer so ein großes Punkt, dass sie viel in ihren Tanz rein geben, aber sie vergessen das Surrounding und das spielt eine ganz große Rolle. Richtig, absolut richtig. Du hast vorhin auch Schlagwort Shows genannt. Ihr habt jetzt mittlerweile Millionen Zuschauer weltweit begeistert mit euren Shows. Flying Bach, Flying Illusion, Flying Dreams, Kinofilme, jetzt auch Flying Hänsel und Gretel. Ich spoiler mal ganz kurz, die Hexe ist Social Media. Was für eine Message wollt ihr Erwachsenen als auch Jugendlichen mit der Geschichte mitgeben? Ja gut, fangen wir so an. Es ist immer so natürlich, dass wir uns immer neue Themen raussuchen, die uns persönlich interessieren, die etwas haben, womit man vielleicht sogar groß geworden ist. Und gerade bei Hänsel und Gretel, die Geschichte kennen viele. Die sind wortwörtlich groß geworden damit, ja? Ja, die Geschichte kennt viele und diese böse Stiefmutter, die die Kinder im Wald aussetzt, alleine und die dann auf diese Hexe treffen mit dem Liebkuchenhaus und eigentlich die Hexe die Kinder hinlockt, um sie aufzuessen. Ich mache ja diese Kurzversion so. Und es gibt ein berühmtes Opernstück von Engelbert Kumpadink. Der hat dazu eine Oper geschrieben, worin diese Geschichte gesungen und getanzt und erzählt wird. Und da wir schon viele Crossover-Projekte gemacht haben in diesem klassischen Bereich, war das das nächste Werk. Und dann haben wir uns dieses Werk angeguckt und angehört und fanden es super spannend, interessierend, weil ja Musik ist ja das, was wir immer wiederum brauchen, um zu tanzen. Und jetzt war dieses Thema auf dem Tisch so. Und jetzt kann man das natürlich eins zu eins nachspielen, aber wir wollten es ja in die heutige Zeit transportieren. Was ist heute die Herausforderung der Jugendlichen? Ich meine, damals war es verloren im Wald und der Hunger. Und ich würde es ganz knapp und kurz machen, heute ist es Hunger nach Aufmerksamkeit. Wenn du heutzutage die Leute siehst, wie sie alle vor ihren Smartphones sind und eigentlich ist das, was da drinnen passiert, auch ein Märchen. Es wird den Leuten vorgegaukelt, guck mal, wie toll mein Leben ist, guck mal, wie erfolgreich ich bin. Eine Illusion, ja, teilweise. Eine Illusion, die da aufgebaut wird und du nicht satt wirst. Du brauchst mehr Follower, du brauchst mehr Likes und es ist nie genug. Du wirst nicht satt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Brücke, die wir schlagen wollten zu der heutigen Zeit. Und jetzt mal Social Media, Influencer können manchmal auch haben, auch etwas, indem sie natürlich dich, umso mehr die dich reinziehen in, sag ich mal, in dieses kleine Haus, dann haben sie ja deine Lebenszeit, die sie dir klauen. Die fressen dich wartwörtlich auf. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich mit diesem Stück erzählen wollen. Ja, du hast mir jetzt tatsächlich meine nächste Frage auch schon beantwortet, mit was die Zuschauer erwarten können. Du hast das gerade auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Wie hast du das Team zusammengestellt? Naja, aber ich würde auf den Punkt natürlich zurückkommen, was erwarten die Zuschauer? Wir haben natürlich ein ganz großes Cross-Ober-Projekt wieder gestartet, in dem natürlich wir ganz klassische Elemente genommen haben, aus klassischer Musik und Operngesang. Bis hin aber natürlich, damit wir da diese Verschmelzung kriegen von auch dem urbanen Hip-Hop, haben wir natürlich auch Rap, haben extra Texte dafür neu geschrieben. Wir haben verschiedene Tanzstile mit untergebracht. Das heißt, neben den, sage ich mal, urbanen Tanzszenen wie Breaking, Hip-Hop, Popping, Locking und House Dance, auch natürlich auch klassische Elemente wie Contemporary, aber auch Voguing. Und um die Vielfalt zu zeigen einfach, was diese Tanzkultur so mit sich bringt. Und somit eigentlich haben wir diese Komplettentziehung eigentlich so zum Teil überschrieben in die moderne und aber auch traditionelle Sachen mit reingenommen. Danke, dass du die Frage beantwortet hast. Stimmt, das hätten wir sonst vergessen. Und wie hast du den Cast zusammengestellt, also das Team? Naja, es ist so, dass wir natürlich, also wir wachsen ja auch immer weiter. Unsere erste große erfolgreiche Produktion war damals nur mit Breaking, also mit B-Boys und nur einer klassischen Tänzerin. Wir haben da schon gemerkt, dieser Synergieeffekt, der da entsteht, wenn eine Balletttänzerin ihre Pirouetten macht, dass wir diese Bewegungsart, so sage ich mal, aufgreifen können und wir das dann aber auf den Kopf machen. Unsere Pirouetten machen auf den Kopf, ihre waren auf den Füßen. Und somit eine gemeinsame, bewegliche Sprache gefunden haben. Und mit der Zeit war auch für uns klar, dass natürlich gerade der urbane Bereich des Tanzes ja auch bei uns viel größer ist. Und somit war es uns auch wichtig, natürlich auch das zu zeigen. So zu zeigen, wie wir reich sind an Tanzstilen und wie jedes Einzelne für sich auch unglaublich interessant und toll ist. Und das wollte ich natürlich auch dem Publikum näher bringen. Und damit wir auch da, ich glaube, es geht immer darum, den Leuten zu zeigen, was das für kreative Menschen sind und was das für eine Kultur ist, in der wir leben. Und wie kreativ diese Kultur ist. Ich war tatsächlich bei beiden Premieren dabei, einmal in Köln, einmal in Berlin. Wie hast du es geschafft, diese unterschiedlichen urbanen Tanzstile miteinander zu vereinen? Und wie ist dir das vor allem bei Flying Hänsel und Gretel passiert, entstanden? Im Grunde ist es ganz einfach. Ich meine, am Ende des Tages, was uns antreibt, ist natürlich die Musik. Und wir haben uns ja schon im Vorfeld natürlich schon die Erfahrung gesammelt, wie man bestimmte Tanzstile zusammenbringt. Und am Ende des Tages ist eine Art, ja, die Bewegung, der Ausdruck und natürlich durch verschiedene Tanzstile schaffst du auch, verschiedene Stimmungen zu schaffen. Und ich glaube, es ist eigentlich eine philosophische Frage, glaube ich, eher, als man die mal so erklären kann. Aber ja, also mir fällt sowas gar nicht schwer, Dinge zusammenzubringen, weil es geht ja auch am Ende des Tages ja auch in einer bestimmten Art Unterhaltung, die wir schaffen müssen. Und ich finde, Tanz ist eine der größten Formen von Unterhaltung, die alles ausdrücken kann und die auch zum Teil auch Geschichten erzählen kann. Und umso mehr du natürlich verschiedene Tanzstile und so viele Vielfalten hast, kannst du Spaß, Trauer, Angst, Wut, all das im Tanz wiedergeben. Und deswegen ist es so. Sehr cool. Du warst ja auch bei beiden Premieren am Start. Wie hast du die Reaktionen des Publikums wahrgenommen und wie wichtig ist es für die Zukunft der restlichen Flying Step Shows? Es ist natürlich immer, also ich finde, die Flying Steps bringen ja immer welche Themen oder bestimmte Herausforderungen, die wir immer versuchen umzusetzen. Und es ist natürlich immer wichtig, auch zu sehen, wie reagiert das Publikum drauf? Gefällt denn unsere Idee, unsere Inszenierung, unsere Geschichte oder die Art und Weise, wie wir es vielleicht neu interpretiert haben, wie wir es überschrieben haben? Und uns ist es auch immer wichtig, natürlich, dass wir alt und jung erreichen. Und ein Publikum, was vielleicht normalerweise zusammen gar nicht eher auf solche Veranstaltungen geht, weil die einen sich dafür dann vielleicht eher zu alt finden oder überhaupt damit nichts anfangen können und die anderen vielleicht dafür viel zu jung sind und es uncool finden. Und deswegen ist es natürlich immer schön, wenn du zum Publikum guckst und dann natürlich Familien siehst, die da gemeinsam sitzen und jeder eine Art Begeisterung erlebt. Strahlen in den Augen. Strahlen in den Augen, weil für den einen ist vielleicht in dem Moment die Musik etwas, was er als Erinnerung oder sich damit auskennt, aber in dem Moment mit etwas verbunden ist, womit er nicht gerechnet hat. Und dann auch den Zugang schafft zu dem, sei es, wenn wir dann halt von uns in klassischen Musik in eine überschriebene Version gehen, was eher so beatlastiger ist, moderner ist. Und genauso mit dem Tanz, dieses klassische Gemisch dann halt mit dem Hip-Hop. Also ist das schon etwas natürlich, was die Leute immer wieder was Neues entdecken, immer wieder was Neues entdecken, das Wort entdecken. Genau, immer das Neue entdecken und es halt, glaube ich, vieles mit denen ausmacht, weil sie sich da vieles rausziehen können und ein gemeinsames Erlebnis haben. Cool. Ich glaube, du stehst definitiv, also wir haben es gerade rausgehört, du stehst definitiv auf Crossover-Konzepte, Projekte, ja. Jetzt habe ich die letzte Frage für dich. Hip-Hop und die Wiener Waldkultur. Warum, glaubst du, passt das so gut zusammen? Okay, also Hip-Hop und die Wiener Waldkultur. Ich glaube, unter einem, sage ich mal so, ist die urbane Kreativität, die wir mitbringen, trifft auf traditionelle Eleganz. Und ich glaube, gerade was Tanz und Musik angeht aus diesen zwei verschiedenen Welten, das eine ist das Globale, Hip-Hop ist global und das andere ist, sage ich mal, hier national. Und Tanz, Musik ist etwas, was verbindet, finde ich. Und ich glaube, mit sowas schafft man eine Art Brücke, man baut Barrieren ab, man trifft sich gemeinsam und kann voneinander viel lernen. Es sind zwei verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, die wichtig sind und ich glaube, somit auch, glaube ich, eine Art, die Zielgruppe erweitern, dass man halt da zusammenkommt. Ich meine, eine Zusammenkunft von, wie gesagt, verschiedenen Formen, die sich dann halt kennenlernen. Sehr schön gesagt. Wartan, danke dir vielmals für das tolle Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war's von uns. Danke auch. Danke von ihm auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.